Oh, schnell weg. Wo ist sie? Du bist jetzt da wo der Zug ist, hast du die Karte offen? Ja. Ich bin tot, das kann nicht wahr sein, ey. Ne, ich hab 4 nur weggenommen, den muss er beim Gamma packen. Wo bist du jetzt? Hier, hier oben. Ach da. Fängt ja schon gut an, ey. Der Rucksack, muss den dann Gamma packen, wie gesagt. Sehr schön. Wo hast du denn jetzt das Zeug gehört? Hast du das in deinem Laden gehabt? Diese hab ich mir gekauft auf dem Karte. Ach so. Bist du bereit? Ja, bin bereit. Alles in Gamma? Warte, doch mal gucken. 4 Stück hab ich in Gamma. Gut. Jetzt hat er eine gekriegt. Schön. Schön, schön, schön. Da hab ich die Leuchtung auf dem Platz gelegt. Da gab gerade noch einer am Schießen. Woah. Ich habe die Leuchtung an. Ich bin ein paar Balscher. Schön, wie gesagt. Ich bin ein paar Niemals. Ich bin ja schon. Alles im Garten. Ich bin ein paar kisses. Ich bin kein Problem. Es ist ein paar Gäste. Kann ich ja herstellen. So ein Stück weiß ich nicht mehr. Übersteht noch wo es gibt. perceive potfK erwarten, Schatz! Oh, schnell weg. Du schwingst wahrscheinlich noch nicht den Kopf, oder? Wahrscheinlich. Ich bin verletzt, Alter. Aber du blutest nicht, oder? Nee. Oder doch jetzt blut ich. Hast du was zum gegenwirken? Nee. Danke. Danke. Was fliegt denn hier, Alter? Ach, ist der Zug, Alter? Der Zug ist aber am Ende der Map. Ja, ist die Map fast zu Ende, kann das sein? Ja. Ja, hoffen wir, dass der bald kommt. Was wollte der denn machen? Scheiße, wo ist die Heating-Pipe? Jetzt hat mich auch noch einer komplett über den Haufen geschossen, Alter. Die Heating-Pipe? Ja. Wo bin ich hier? Ähm. Heating-Pipe? Halt ins Rohr. Ach nee, was ist da? Wir sind lauter aus. Guck's. Bist du denn an den Bunkern ungefähr? Ich bin da, wo so ein Zug fährt jetzt irgendwie. Jaja, das ist da, wo wir mal gespondet sind fast. Äh. Ich glaube, ich laufe in die falsche Richtung. Heizungsrohr. Da ist das. Wie ist das? Ist ja Heizungsrohr, ne? Ja, muss ich sagen. Ähm. Muss ich... Du bist jetzt da, wo der Zug ist. Hast du die Karte offen? Ja. Wenn du runter guckst, musstest du irgendwo die Bunker sehen. Ja. Renn erstmal zu den Bunkern, als du auf dem Bunker bist. Ey, ich bin da wohl im Torchen-Mienfeld. Ja, ich bin da. Ey, hier waren Minen, Alter. Da hinten warst du. Minenfeld ist eigentlich... Außerhalb dem her... Das wird gar nicht mehr angezeigt. Hahaha. Hahaha. Geil an die Feld. Okay, wir sind hier. Wir müssen also nach ZB4 rennen. Hier kommt man zum Beispiel auch mit Red Level raus. Und ein Paracord. Ich renne da halt zum Hotspot rein kurz. Wolltest du mitkommen oder nicht? Wolltest du mitkommen oder nicht? Da war es dir im Glück. Ich stelle ja mal den Hügel runter. Dass ich hier abgeschossen würde. Der ist tot. Alter Falter. Du kommst jetzt wieder hoch, sagst du. Ja, ja. Okay. Mit einer Mosin, ey. Mit einem dicken Rucksack. Der hat eine schöne Weste. Will ich die Weste haben? Ich erinnere mich bloß daran, äh, nachzuladen. Ach, äh, nicht zu hallen. Mhm. Oh. Bist du das? Ein zuendes Holz? Nein. Nein. Da ist einer hinter dem Holzstapel beim LKW. Wenn er bedrohlich wird, schieß drauf. Er ist zu dir reingerannt. Ja, ich höre ein Rennen, aber... Alter, ich bin der, der Rennen. Ich bin der, der... Ach so. Hast du auf mich geschossen? Ja. Ja, ich bin da. Oh. Oh. Pass auf. Unten einer ist unten. Der ist runtergerannt im Hügel. Warte. Ich muss meine Waffen nachladen. Ich kann eine Heilung. Ich kann keine Heilung mehr. Na dann lass uns rausgehen. Ja, ne. Ich... Ich muss ja diese scheiß Gäste noch töten. Ich hab nicht einen einzigen. Ach so? Ich dachte, du hast dort alles klauschen gemacht. Ja. Ja, ich hab hier Spieler getötet. Ah. Auch nicht schlecht. Deswegen hab ich auch einen diken Rucksack hinten drauf. Oh, ich hab wieder was gehört. Hier rennt was. Ey, was ist das? Oh, da oben. Ich muss gut mein Programm mal hier laden. Weil irgendwas zieht mich jedes Mal auf den Desktop zurück. Beenden, ey. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Dreimal hintereinander. Siehst du den noch? Ne, da muss da ganz oben sein. Ja, es schalt nichts von hinterher rennen. Ne. Der wartet da wieder. Lass uns weiter gehen. Komm mit. Oh, der läuft jetzt hier. Eins geht. Ich bin nach vorne. Ungefähr wo der Container ist. Da sind... Jetzt. Tolle Szenen wieder nicht. Schießt man woanders her? Da sind Spieler, glaube ich. Glaube. Ich bin weiter gelaufen. Siehst du mich noch? Ja. Eins dahin. Zwischen den Bäumen. Oh. Scheiße. Jetzt hab ich an der... Oh nein. Kannst du mir helfen, bitte? Ich bin tot. Das kann nicht wahr sein, ey. An der Mauer ist irgendwo ein Spieler. Ich hab ihn gesehen, hinter dem Fels steckt da Hund. Ich spiele das jetzt alleine. Das fühl mich besser. Mhm. Wenn ich du wäre, würde ich zu mir rennen den Lieder an den Rucksack, da ist einiges drin. Ja. Ja. Schießen sie sich noch der Schädel ein. Naja. Nein, 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 nein. Wahrscheinlich der... Geht ihr jetzt nicht verlieren. Ich hab einen erschossen. Ein Spieler oder ein Skiff? Ein Spieler. Der rechte, der mich angeschossen hat? Ja. Gut. Weißt du, wo ich liege? Naja, so ungefähr. Ja. Scheiße, ich bin tot. Und wem? Steff. Glaub ich. Hat einiges vertragen. Hat rumgequickt wie ein Schwein. Ist auch nicht umgefallen. Volota Basch... Basch... Baschdet. Andel. Ja. Ein Bier hab ich erschossen. Bär oder wie die Idioten heißen. Bär, denke ich. Ich weiß es auch nicht genau. Bär, denke ich mal. Bär, k